. 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 Herzlich willkommen. Ich freue mich auf Lukas Resetaris. Ulrike Beimpol. Thomas Stipschitz. . . . . . . . . Ein schönes Sendungsthema. Wir widmen uns heute dem Endspurt der sogenannten fünften Jahreszeit. Ihr wisst, wovon ich spreche. Vom Fasching, Karneval, Fastnacht, wie immer Sie es auch nennen wollen. Nach zwölf Tage wird getanzt, gefeiert, geschnast oder sonst irgendetwas. Geschnast? 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 Nein, nein. Ich freue mich auf die Fastenzeit. Ja. Ja, wirklich. Ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol in der Fastenzeit, das ist überhaupt kein Problem. Das einzige Problem ist, man kriegt alles mit. . 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 Der Günther und ich sind in so einer Fasten-Zeit vorher-nachher. Sehr lustig. Besser kann man sich in dieser Runde gar nicht vorstellen. Das war die Premiere für Clemens Maria Schreiner. Ich hab gehört, du bist sogar ein Kabarett-Munderkind. Als Mozart für die klassische Musik bist du fürs Kabarett. Mit 15 hast du dein allererstes Kabarett-Programm ... Vor zwei Jahren. Jetzt macht er grad den Führerschein. Drückt's mir die Daumen. Das Kloster haben auch was sagen. Du hast gleich den Grazer Kleinkunstvogel abgeschossen. Seit wieviel Jahren älter als 15 kannst du nicht sein? Wenn man so früh anfängt, ich hab den Vorteil, ich bin jetzt 26. Aber ich geh in drei Jahren in Pension. Weil meine Jahre hab ich bei einer anderen ... Für die Pension! Wir haben über den Fasching gesprochen. Ende des Faschings wissen wir natürlich alle, auch der Opernball steht ins Haus. Alles Walzer heißt es dann. Und passend dazu möchte ich gleich zu Beginn wissen, worum handelt es sich bei einem Kreisschüttler? Einen Kreisschüttler? Kreisschüttler, ja. Na, wenn man um den Apfelbaum herum rennt und den schüttelt, damit die Äpfel herunterfallen. Danke! Danke! Einer hat gelacht. Ich glaub, es war eine. Die Patentante Mitznummern hat. Irgendwie Verwandte im Publikum. Lachen. Oder Obstbauern. Nein, weiß ich nicht. Danke! Nein, Kreisschüttler ist, wenn der Resetarit schläft, und du beilfst ihm und sagst, na, aufocken! Das ist ein Kreisschüttler. Das ist ein Kreisschüttler. Das Schöne beim Leiner ist, dass man seine Witze nur versteht, wenn man nicht rechtschreiben kann. Das ist ein Kreisschüttler. Der geschüttelte Kreisschüttler. Der geschüttelte Kreisschüttler. Der geschüttelte Kreisschüttler. Ich hab's gewusst. Darf ich noch ganz kurz bei dem Apfelbaum? Wenn du um den Baum herumläufst, wie kannst du ihn dabei schütteln? Lauf ich in den Kreiss. Schüttl, laufen, schüttl, laufen, schüttl, laufen. Dann lauf ich in den Kreiss herum und schüttl im Kreisschüttel. Also der Kreiss wird unterbrochen. Aber wie kannst du beim Laufen schütteln? Vielleicht starten die Krankheit. Deswegen hab ich gemeint, schüttl, laufen, schüttl, laufen. Man kann auch beim Laufen nicht onanieren. Also es geht nicht, weißt du? Das hab ich übrigens mit 15 das erste Mal gemacht. Danke. Es hat vorher keine Pornel-Efteln geöffnet. Quelle-Katalog. Also wir sind beim Kreisschüttler. Was? Quelle-Katalog? Ja. Stimmt. Mamei, 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 mamei. Das wird er nicht wissen. Das ist das Internet von früher. Ohne Schmerz. Wenn wir jetzt schon bei diesem persönlichen Sachen sind. Für dich war der Quelle-Katalog eine Wichsform? Nein. Nein, Entschuldigung. Ein Universalversand. Wobei man dazu sagen muss, beim Günther waren dann immer die Seiten mit den Küchengeräten dann zusammenpickt. Schau mal. Hallo. Bei den Steppdecken hat er schon durchgedreht, oder? War du geiler Mixer. Dreh mich um. Dreh mich um. Noch eine gute Frage. Weil der hat eigentlich Hirn einklogen. Wahnsinn. Aber ich glaube, es war eine gute Idee. Sehr lustig. Wie war die Frage? Ja, genau. Danke. Ich wollte gerade selber nachschauen. Kreisschüttler. Es handelt sich beim Kreisschüttler um ein besonders kompliziertes Reimschema. Also in Richtung Schüttelreim. Wo man dann so lang weiter schüttelt, bis man einmal durch ist und wieder am Anfang. Nein, wahrscheinlich nicht. Also wenn du mir jetzt natürlich gleich ein Beispiel geben könntest für einen kreisgeschüttelten Schüttelreim, also dann würd ich mir fast... Ja, meld mich dann am Ende der Sendung damit. Das Marschall wär's mir wert gewesen. Er schickt es dann an die Kasperlpost. Ich als Kreis mach jetzt mal einen anderen Vorschlag, dass wir von dem Kreis wegkommen. Ein Kreisschüttler ist ein technisches Gerät, um Schotterkörnungen voneinander zu trennen. Dass du die gräbere Körnung hast und die feinere Körnung. Die gräbere? Gräbere? Gräbere. Ich kann auch ein Ö. Danke! Gräbere. Körnung. Gräbere Gürnung. Gräbere... Hätten Sie nur die gräbere Körnung auch? Da haben Sie nur die feine Körnung gehabt. Das stimmt auch nicht. Aber es wäre wunderbar in der gräbere Körnung. Ich find's toll, dass du ein bisschen Seriosität in die Runde gebracht hast. Damit lassen wir's aber auch wieder gut sein. Das war auch richtig. Aber wo ist das? Wahrscheinlich war's richtig und in fünf Minuten sagt er ein anderer und dann ist's richtig. Nein, nein, nein. Es gibt doch auch beim James Bond gerührt oder geschüttelt. Vielleicht ist das so eine neue Form von einem Barmixer, wo das Eis im Kreis geschüttelt wird. Das Eis im Kreis geschüttelt? Das Eis im Kreis. Die Frage schreibt man den. Nein, du ist nicht. Das wär ein Kreisschüttler. Das ist Kreisbotscher. Das ist Kreisbotscher. Kreisbotscher. Nimm die Eiswürfel. Was macht ein Kreisschüttl? Das ist ein Tanz. Der Kreisschüttl ist ein Tanz. Okay. Bitte. Das war's. Das war's schon. Wenn man einfach an Issen ist, hat man nachher einen Kreisschüttler. Wenn man Platz für sich im Bad Fußball spielt, bei Nisse, anschließend Spielabbruch, Kreisschüttler. Okay. Sehr gut. Ich sag euch, was ein Kreisschüttler macht. Ein Kreisschüttler kreist und schüttelt. Toll. Danke. Bitte. So einfach wär's gewesen. Hier haben wir ihn, den Kreisschüttler. Ihr kennt das vielleicht aus dem Labor. Ach so. Das ist eine gleichmäßige Bewegung, die kreist und schüttelt. Damit es sorgfältig durchmischt wird. Ja. Was immer du durchmischen willst. Hat's dir schon damals gegeben, dass die Auflösung in der Frage mit enthalten war? Nein. Fast eine Premiere. Ein paar Mal selten, selten. Kommt so alle vier Jahre wie ein Schaltjahr. So kommt das bei uns vor, dass tatsächlich der Kreisschüttler ein Kreisschüttler ist und kein Vogel. Ja? Ja. Gut. Christian Unterweger aus Graz. 300 Euro Füße durchschauen. Danke vielmals. Wie heißt der Fasching in der Schweiz? Faschingli. Faschnacht oder Fastnacht? Faschnacht. Faschnacht oder Fastnacht. Also das ist so. Gibt's mehrere Versionen. In Basel, glaube ich, heißt Fastnacht. So. Und die unterscheidet sich doch wesentlich von unserem Fasching oder Karneval in Deutschland. Findet einerseits am Montag nach Aschermittwoch statt. Haben Sie das gewusst? Nein. Nein? Ich auch nicht. Montag nach Aschermittwoch in der Schweiz. Und andererseits stehen bei den Fastnachtsumzügen in vergleichsweise geordneter Form Musikkostüme Laternen im Vordergrund. Und zur berühmten Schweizer Ordentlichkeit passt auch, dass man in der Schweiz kein buntes Konfetti wie dieses hier verkaufen kann. So. Wo ist Konfetti? Nirgends. Und es darf nicht lustig sein. Das ist total verbunden. Es darf nicht lustig sein. So. Okay. Was war jetzt die Frage? Nein, Moment. Moment. Ja. Gute Frage. Aber pass auf. Wir haben uns alle gesagt. Wir haben uns alle gesagt. Und jetzt kommt die Frage. Wirklich? Hast du die Antwort gesagt? Konfetti. Konfetti. Konfetti Antwort. Nein. Wirklich? Nein. 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 Er hat den Gatsch geriefen, natürlich. Du nimmst das nicht mehr ernst, gell? Geht jetzt. Jetzt schauen wir's jetzt. Sagen wir nix. Schauen wir, wie er sich da aussieht. Ihr wisst ja überhaupt nicht, was passiert ist. Uns ist Wurscht. Es steht so, dass kein buntes Konfetti wie dieses. Habt ihr das gehört? Ich schau auf den Schirm. Ja, aber der ist Kanz. Nein, der ist nicht Klammer-Requisite. Dann schau ich da rein, ist a nix. Jetzt müssen Sie uns verheben. Nimm dieses Konfetti. Das ist ja wurscht. Ich nimm mal, ich würd ungefähr so ausschauen. Eben nicht. Jetzt können wir nicht mehr hinzuschneiden. In der Schweiz gibt es kein buntes Konfetti. Gibt es schwarzes Trauer-Konfetti? Die Frage ist jetzt, warum? Warum gibt es nur ein färbiges Konfetti? Weil schon der Forschung vorbei ist. Weil die nur die Löcher von den Emmentalern verwenden. Das sind die nur gelbige Konfetti. Nur gelbige Konfetti. Nur gelbige Konfetti. Das sind die bunten Konfetti. Das sind die bunten Konfetti, so wie wir es kennen. Ja. So. Und in der Schweiz gibt es eben einfärbig. Also es gibt schon verschiedene Farben, aber sie im Backeln werden es einfärbig verkauft. Ach so. Wir haben so asphaltfarbene Konfetti, damit man es auf der Straße nicht sieht. Das schaut dann so sauber aus. Ihr wisst schon, was ich meine. Nein. Ich glaube, es hat mit der Schweizer Ordentlichkeit zu tun. Damit es dann die Straßen nicht so bunt gescheckert ausschauen, wird da jedes Jahr eine spezielle Farbe ausgegeben. Und es ist vielleicht so wie bei uns die Autobahn-Vignette. Da weiß man nächstes Jahr nur Mandarinen oder sowas. Genau. Da weiß man z.B. auch, Heier ist Heier. Richtig. Ja. Nein. Da liegt ja keine Missverständnisse aufkommen. Es gibt verschiedene Farben, aber im Sackl, so wie du das jetzt bekommen hast, sind verschiedene Farben. In der Schweiz bekommst du sie einfärbig. Das war mir eh schon verstanden. Ja, ja. Nein. Er hat ja gerade gesagt, es gibt eine einheitliche Farbe wie Mandarinen. Ja, wie jedes Jahr. Und du raschelst mit dem Sackl leider. Es tut mir leid, dass Mikro... Oliver, und kann es... Oh, er hat's nicht verstanden. Die Frage ist, warum's einfärbig ist. Warum ist es einfärbig? Das braucht ja auch noch her. Das gibt's ja nicht. Kann... Kann es mit den Kantonen zu tun haben? Damit man sich beim Werfen auseinanderkennt. Ja, von Würzeln und Werfen... Oh ja, schau mal. Da haben's Karton. Der eine Kanton hat ein blaues Sackerl, der andere ein rotes Sackerl. Und wenn er wirft, weißte, dass der aus Grützli kommt. Ja, aber kann man in einem anderen Kanton rüberschmeißen? Du wolltest Kondom sagen. Nein. Kann man im anderen Kondom rüberschmeißen? Soll ich die rüberschmeißen? Soll ich die Neutralität der Schweiz ausdrücken? Noch mal. Ihr versteht's mich nicht. Doch. Ja, weil du auch sehr blöd erklärst. Versteht's irgendwer, was die Frage zählt? Oliver! Oliver! Aber... Du kannst in der Schweiz... Jetzt mal ehrlich. Fallen Sie mir nicht in den Rücken. Was ist das? Du kaufst ein Sackerl und es ist nicht bunt gemischt. Ich kauf's ja kein Sackerl. Ja, das mein ich ja aber, wenn der Grützli Kanton ein rotes Sackerl hat. Nein! Im Grützli Kanton kriegst du ein rotes, ein gelbes, ein blaues. Aber du kriegst keine gemischten. Genauso wie in anderen Kanton. Du musst das selber mischen, so ist. Das is es. Danke. Das is die Auslösung. Ja. Du hast du mich. Schau. Im Kreissschüttler, da wird der Kasten da vorher... Der Kreissschüttler. Du hast einen Faschingsumzug. Nein! Ich hab keinen Faschingsumzug. Nein! Ich hab keinen Faschingsumzug. Wird theoretisch angenommen. Und da schmeißt einer die blauen und da die roten und so weiter. Jeder hat eine Farbe. Genau. Du kriegst sie nicht so bunt gemischt im Sackerl. Du kriegst sie nicht so bunt gemischt im Sackerl. Ja, ja. Schmeißen die mit den zugemachten Sackerl. Nein! Mit offenen Sackerl. Aber das hab ich ja gesagt. Das hab ich ja gesagt. Jetzt mal ehrlich. Ja, ehrlich. Nein! Aber darum. Mal geben's. Bitte. Sag mal. Es ist ja in der Schweiz relativ streng in irgendwelchen Gilden. Also es heißt eventuell nicht Faschingsgilde, aber auch die Umzüge sind in so Gruppen organisiert. Und vielleicht ist das Konfetti eher so ein Fanartikel. Das heißt, ich kann damit schon ausdrücken, welchen Büttenredner ich mich da am ehesten zugehörig finde. Aber das hab ich doch gleich mit den Kantonen. Die rote Gruppe. Ja, dann sag's doch. Ich will das Wort Kanton nicht mehr hören. Es geht nicht darum, dass die Farben nach irgendwie aufgedeckt werden. Die haben alle Farben. Auch nicht die Gilden. Aber sie verkaufen sie nach Farben. Nach Einzelnen. Im Kanton zum Beispiel. In China. Der Hamztag und Fatschi. Okay. Die Schweiz ist ja auch ein sehr renommierter Gelddruckinstitute. Und da wird sicher ab und zu was schief gehen. Die drucken dann eine Sorte falsche Euro-Fünfhunderter beispielsweise. Euro Schweiz. Na ja, die drucken tun die alle möglichen Währungen. Franke. Ja, ja. Die machen ... Schau, jetzt ist der Papa streng. Ja, klar. Clemens. Was der Clemens vielleicht nicht weiß, das hätt ich auch dazu sagen müssen. Die machen ja die Konfetti aus Fränkli-Scheinen. Die aus Tausender Franken scheinen und tun sie rausstanzen. Weil sie zu viel Geld haben. Ja. Und sie haben da ein Riesenproblem damit. Sie wissen nicht, wohin mit Geld anziehen. Darf man nicht? Jetzt machen sie Konfetti. Aber dann müssten die ja alle schwarz sein wegen dem Schwarzgeld. Nein. Nein. Sie sind nicht schwarz. Sie haben verschiedene Farben. Sie werden übrigens Reppli genannt, die Konfetti. Reppli. Reppli. Es ist ein typischer Basler Brauch. Und er kommt eben während der Fasnachtsumzüge zum Einsatz. Und es wird dort mehr Konfetti verbraucht als im Kölner und Mainzer Karneval zusammen. Das ist nicht die Antwort. Nein. Das ist nur ein Hinweis. Und warum verkaufen sie die Bakkel aber nur in einer Farbe? Hast du was mit Kantone zu tun? Nein. Jetzt geht's mir auch schon morgens. Ich hab nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt. In den 50er Jahren sind geschäftsüchtige Leute, weil ich ja gerade gesagt hab, dass dort wirklich viel Konfetti zum Einsatz kommt. Ja. Die sind hergegangen und haben nach den Umzügen aufgekehrt. Und haben das gebrauchte Konfetti einfach wieder abgepackt und verkauft. So. Und das war natürlich extrem geschäftsschädigend für die Konfetti-Industrie. Und da ist man in der Schweiz hergegangen und hat natürlich gesagt, ach, geschäftsschädigend, das ist uns ja egal. Aber hygienisch ist das nicht und hat den Grund der Hygiene vorgeschoben. Und seitdem werden nur einfärbige Konfetti verkauft. Wenn du so ein Bakkel in der Schweiz kriegst, dann weißt du, das ist ein Aufgekehrtes. Übrigens, das ist aus der Schweiz. Sehr lustig. Weil genau das, das Sortieren, Aufkehren und dann noch nach Farben sortieren, also das ist dann selbst den Leuten, die damit Geld gemacht haben. In welchem Kanton war das jetzt? Keine Ahnung. Was mich wundert, warum sie es nicht waschen, die Schweizer. Ich bedanke mich noch bei jemandem, der uns diese Frage geschickt hat. Martin Fischer aus Wien. Fischer mit V. Danke. 300 Euro Fischer-Gutschein. Bereit für ein Piktogramm? Ja! Du kennst die Sendung, hast du schon mal geschaut, weil du jetzt so begeistert Ja gesagt hast. Das ist dein erstes Piktogramm. Ja. Richtig. Angeschaut habe ich es mir noch nie, weil ich hab mir gedacht, laden Sie mich da ein, dann sehe ich es gleich besser. Das ist ein prepotenter Hunger. Ich zeig euch ein Piktogramm und ich möchte von euch wissen, was es bedeutet. Keine Österreich-Werbung. Kennst du, der hat's Österreich-Werbung mit Pinguine. Ja. Und das ist keine Österreich-Werbung. Österreich-Werbung mit Pinguine. Der ist überall hin. Der ist kein Pinguin. Nein, das ist kein Pinguin. Das ist eben kein Pinguin. Ja, okay. Dann ist dieser Schull, das ist kein Pinguin. Ja. Du hast recht. Danke. Österreicher dürfen nicht einreißen. Einreißenverbot für Österreicher. Aber was ist das wirklich? Es schaut aus wie ein Pavian-Rabe. Ein was, bitte? Ein Pavian-Rabe. Ist es, glaube ich, auch nicht. Ist es auch nicht, oder? Nein, es ist ein Papageientaucher. Papageientaube? Nein. Was sagst du? Papageientaucher, oder? Ah, die Papageientaucher. Hallo, hallo, hallo. Halten verboten. Du kennst den Papageientaucher? Der schaut so aus. Ja, nicht privat, aber ... Die fliegen ja überall herum. Ich glaube, Papageientaucher haben so ein bisschen ein Problem. Eben, wie der Günther schon gesagt hat, werden sehr oft für Pinguine gehalten. Und das Piktogramm hängt im Zoo in Kopenhagen und heißt, das ist kein Pinguin, sondern Papageientaucher. Stimmt's? Nein, aber erst einmal bin ich begeistert. Das ist ein Papageientaucher. Bravo. Das ist Marente. Wahnsinn. Es ist ein Verkehrszeichen. Da im Nordbereich Dänemarks, wo die Papageientaucher an den Steilküsten führen auch Straßen hin. Und da darf man nicht parken auf einem Papageientaucher. Aber ich mein ... Das ist vom Neckermann versammt, glaube ich. Aber jetzt wissen wir, dass es ein Papageientaucher ist. Aber es steht nicht daneben. Nicht füttern, nicht rauchen, nicht ... Nicht draufstellen. Nicht auf dem Auto. Es steht gar nichts, was man nicht darf mit ihm. Du darfst ihn nicht. Nicht essen. Jetzt bin ich gespannt, ob das Internet dich noch weitergeführt hat. Nein, da war's dann aus. Die ... Wie heißt der Papageientaucher auf Englisch? Es wird mir gerade eingesagt. Kann ich kurz wohlhaben? Was wird dir eingesagt? Nicht Diver. Nein. Nein, nicht Diver. Parrot Diver, no. Aber wie heißt er denn jetzt? Na, wie heißt er? Puffin. Puffintiver? Nein, nicht ohne Diver. Warum nicht Diver? Weil man nicht alles eins zu eins übersetzt. Ist es im Zoo oder ist es auf der Straße? Nein. Es ist ... ... im Restaurant. Ja. Dann ist es ein rauchvolles Rauchverbotsschild. No puffing. Vollkommen richtig. No puffings, sir. Was? Ich hab's nicht verstanden, was? Rauchverbots. Warum? Puffing. Puffing. Es wird in Alaska ... In Alaska und in Schottland ... Rauchen als Puffing bezeichnet. Wow. Und no puffing heißt nicht rauchen. Wow. So einfach ist das. Dr. Alexander Coulier aus Linz ... ... bekommt den 300 Euro Bujagutschein. No puffing. Hab's gut gemacht? No puffing. Ein Ding der Woche. Ja. Okay. Das kann aber alles sein. Es ist immer so. Es kann bei uns alles sein. Ich zeig Ihnen schon mal via Insert, was das Ding der Woche tatsächlich ist. Und dann fragen wir uns auf die vielen lustigen Antworten. Ja. Du kannst es sicher fangen. Willst du es als Speer oder ... Willst du es als Schufeisen? Ja, Speer. Der Tod vom Turnlehrer. Ah! Alle Sperre zu mir. Jetzt, Günther, brauchst du Hilfe? Ja, alte Partner. Entschuldigung. Genau. Jetzt wird's mir aufgegriffen, dass wir uns gegenseitig so frech sind. Wollt, dass wir das heut nicht waren. Aber es ist einmal grün. Und wie geht's deiner Mutter sonst? Riecht es noch was? Ja. Nach Plastik. Mhm. Es ist grün. Und da ist so ... Das hat sicher ... Das ist so ... Oh! Da steht was. Könnte ich's wissen? Als Lommus. Das könnte jeder wissen. Als Rohrmoos? Nein, nicht als Rohrmoos. Als Lommus. Als Lommus? Als Lommus. Was heißt das? Was heißt das? Erste Sendung und hast gleich das Image weg. Das hat mehrere Funktionen. Das eine ist einmal ... Mein Lieblingsschweiß ist Erdäpfennudeln. Und das muss man vorher üben, dass man die Erdäpfennudeln so ... Dass man das so macht. So Erdäpfennudeln. Da tun wir's so aberschneiden. Das mach ich jetzt nicht. Aber das ist so ein Übungsgerät für Erdäpfennudeln. Nudeln. Walken. 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 Okay, gut. Das Zweite ist ... Mir sagen sie immer, ich sollte annehmen. Sagt mir der Arzt. Wieso? Er hat gesagt, ich bin übergewichtig. Das glaub ich nicht. Nein, ich würd den Arzt wechseln. Das ist für ein Arzt. Der Letzte sagt, der Zahnarzt zu mir, das soll das Essen aufhört. Der Zahnarzt. Wieso? Sonst kann ich nicht plombieren. Geh mal zum Franz. Plombieren. Plombieren. Plombieren heißt aber, bei Erden den Mund versiegelten. Ich geh mal zum Frauenarzt. Säckete Opinion. Ein Stuhlschof. Nein, nein. Und da sagt sie auch nicht. Man sagt, wir soll so ein Fitnessstudio. Und das ist so für den Anfang. Das ist so ... Ja. Ein Terrapanz für Günter Weiner. Ein Terrapanz für Günter Weiner. Ein Terrapanz für Günter Weiner. Oder es ist natürlich auch so ein OF-Gerät zum Üben am Anfang. Mikrofon. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Und ich blühe jetzt, bei was gibt's Neues. Und hier heute haben wir Clemens Maria Schreiner. Der wird Ihnen das Ding der Woche erklären. Danke, Günter. Ihr seid lustig. Heute macht's Spaß. Es lassen sich auch Knoten. Ja. Das möchte ich ganz offiziell feststellen. Da waren wir nicht draufgekommen. Na ja. Du hast das ein bisschen weggetan. Was ist draufgeschaut? Ich hab's nicht verstanden. Leiner hat's nicht lesen können. Weil er schlecht hört. Ich würd, weil's mit B anfängt, eher auf Blomus tippen. Aber es sind total viele Deutungsmöglichkeiten. Dass ich's nicht schon überlesen kann. Blomus, da kenn ich mehr. Was heißt das? Blomus. Ich glaub, es ist ein B. Ein stilisierter. Das ist also nett, dass es uns weiterhelfen tat. Blomus? Du bist doch meinssicht. Ja, ja, recht. Blomus. Aber klar geschrieben. Okay. Englisch oder Deutsch? Ja. Das ... Das ... Ich wünsch mir, dass du mal in der Tatort mitspielst. Wie du den Fall löst, das würde mir echt gut gefallen. Ich glaub, es ist was sehr Praktisches, was ich mir sofort dann zulegen werde. Ich fahr ein relativ betagtes Auto. Und das ist so ein universelles Ersatzteil. Wurscht, was hin wird. Stoßdämpfer kann man sich geschwind dann zusammenbauen. Oder wenn die Axt bricht, dann kann man das einfach so notdürftig bis zum nächsten Stützpunkt ... Oder Windschutzscheiben. Braucht man so was dringend? Dringend nicht. Dringend nicht. Den der Woche braucht man nie dringend. Also, ich merk's zum Beispiel jetzt schon, ich gib's dir weiter und mir geht nix ab. Okay. Sehr lustig. Es hat sich meine Situation nicht wahnsinnig verbessert dadurch, dass ich's jetzt hab. Meine übrigens schon. Du kannst was einbinden damit. Ja. Also, du kannst was fixieren. Ja. Zwar net viel, weil dann ist's offen. Okay. Eine Blume. Was ist denn? Hast du eine Idee, Uli? Bist du schon bei Fifty Shades of Grey, oder? Nee! Gut. Sondern? Hast du eine Idee, Uli? Dann sag's mir doch. Ich wollte jetzt noch einen Tipp geben. Wir hatten schon mal so ein Ding der Woche. Wer war da? Das weiß ich nicht mehr mehr. Was haben wir damals gesagt? Es ist so wie in verschiedenen Ausführungen, wie wir schon diesen Handtaschenhalter und einen Nussknacker hatten. Und so Teebeutel. Ein Vogelhäusl. Ein Vogelhäusl. Ja. Ja. Irgendwas. Handtuchhalter. Ja. Klobapierhalter. Oh, schön. Das könnte man wirklich. Nur wie fix ist es dann an der Wand? Das ist nicht mein Problem. Das Einzige, was mich stört, ist das da. Ja. Das stört mich auch. Weil das kennt die Frau mit den langen Haaren. Aber vielleicht ist das die neue Generation, wo man's heiß machen kann. Und es gibt Lockenwickler, jetzt ohne Schmäh, wo man so die Haare eintritt. Und dann ... Schau gut zu, Günther. Damit es heilt, macht man so. Ist aber gut. Okay. Schaut so geschissen aus, aber es ist gut. Schön. Und dann ... Das waren die heißen, man kriegt's nie wieder raus. Genau. Da muss man mit die Haare das ausschneiden. Genau. Da würdest dieses Blatt extrem stark erhitzen. Ja, das gibt es wirklich. Ja, das gibt es. Papillotten. Papillotten? Die gibt's in verschiedenen Farben. Die gibt's in rosa und so. Und vielleicht ist ... Mit Hitze hat's unter anderem zu tun. Aber nicht bei den Locken. Für die Sauna, wenn man keine Birkenzweige hat, beischt man sich ein bisschen. Gibt's einen Tipp? Oppos D. Wir hatten's schon mal. Den Tipp gibt es. Es wird Hitze ausgesetzt. Damals war's ein Lockenwickler. Aber es ist auch ein super Tipp. Wir haben schon 400 Dinge in der Woche gehabt. Aber wir haben's schon mal gehabt. Eierkocher? Es ist irgendwas Küchenlastiges. Küchenlastig ist gut. Küchenlastig ist gut. Aber du nimmst es ... Eierkocher? Eierkocher? I. Ich borg mir das noch einmal aus, weil wir stellen uns jetzt vor ... Du kannst in was heißes Das ist ja wieder ein Oberschaus. Das ist ein Oberschaus. Immer das Schöne. Das ist super. Ich hab noch nichts. Schau. Aber ... Wenn das jetzt ein Topf wäre, kannst du ein super Topf stellen. Das hält doch irrsinnig. Was, was, was? Bevor Sie sich in Unkosten stürzen, kann man auch ein Hangerl nehmen. Das schaut doch nicht so super aus. Ach Gott! Ich kann halt nicht werfen. Danke, wer hat das eingesendet? Nächstes. Da sag ich dir, wer das eingesendet hat. Frau oder Herr Schottmeier, wissen wir nicht genau, aus Gleisdorf. Für den Topf-Untersetzer. Was gibt es Neues? Vom Kabarett-Duo Radeschnik. Die Kerner-Zwillingsschwestern Birgit und Nicole haben gestern Abend im Theater am Alsa-Grund ihr neues Programm Zimmer, Küche, Kabinett präsentiert. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Demnächst sind Sie auch wieder mit Hosea Ratschila unterwegs. Mit dem allerletzten Tag der Menschheit. Und heute haben Sie aus diesem Anlass die Promifrage für uns. Hallo. Im Zimmer, Küche, Kabinett spielen wir, also Sie und ich, ein und dieselbe Frau. Apropos. Was ist eine Partnerspirale? Nein, das muss jetzt, da muss ich in Internet fangen. Das ist nicht dringestanden. Das ist sicher Werkzeug, wo so zwei Spiralen ineinander und zusammen sind sie Partner und können dann links und rechts an Hammer das Bild einhauen. Bitte was? Wie war das nochmal? Träumst du manchmal auch sagen? Ich missbrüchte das ja. Wahnsinn. Noch mal zum Mitschreiben bitte. Ich mach mal langsam wirklich Sorgen. Spiralen ineinander und Hammer rechts und links hat die Bilder zaubert. Ich red kurz drüber. Also wenn man eine Partnerspirale hat und links ... Dann Hammer und links ... Oh, ich darf meinen, der wird kurz ... Okay, das ist eine Partnerspirale. Zwei Spiralen ineinander, links und rechts ein Hammer und dann kann man links und rechts ein Nagel an die Wand hauen. Da kann man links und rechts ein bisschen nimmer! Uli! 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 Man hat nur geglaubt, dass es zwei sind. Ich hab Leute reden gehört drüber. Gestern hab ich zwei einwärmige Blattes-Syndrot-Schümer. Das war der Wittl-Zahn. Zwei sind schon, der Günther und der Leila. Ich bin der einzige Zweiecke-Zwilling, der alleine ist. Wir haben dich doppelt so lieb. Ja. Ohne Schmäh. Wirklich? Nein, echt, wirklich. Und dann halt nicht. Du musst doch was vergehen. Warum hab ich da noch ein Gude und der hat schon fünf? Weil du deine weggeschmissen hast oder aufgeessen. Habt ihr irgendein Gude? Egal. Also Partnerspirale. Du warst jetzt bei ... Ich sag, irgendein Gude hätte, egal, es wurscht. Nein, das hab ich nicht. Ein Gude ist da, da sind die Gutes. Ja eh, was willst du haben? Ich hätt gern eins. Okay, gut. Dann kriegst du die Froschbrille. Das erfolgt mir nicht. Das ist schick. Gut. Willst du noch was erörtern? Sag noch was. Das macht's schlank. Ich weiß nicht wo. Schaums die Schafe im Butter. Nein, bin ich schon lang drüber. Däumt ihn. Ich weiß nicht wo die Assoziation herkommt, aber ich hab grad dran gedacht, dass er Partner spielt. Magst du's noch mal kurz aufsetzen? Wir befinden uns in einem Science-Fiction-Swinger-Club. Kann man sagen? Jetzt wird's grad geil. Die Partnerspirale dreht sich den Abend über weiter. Wenn's bei dem angekommen bist, weißt du, du bist ganz an der Spitze. Der Abend ist zu Ende, wenn's bei ihm ist. Der Oberkäfer. Leichtathletik. Leichtathletik. Wie war's? Leichtathletik. Leichtathletik. Oder hast du nicht Leichtathletik gesagt? Ja, Sport generell. Sport ist richtiger. Nicht schlecht. Aber nicht richtig. Wissen Sie's? Was ist das jetzt für ein Trend, dauernd das Publikum zu überfragen? Die haben bezahlt und haben ein Recht drauf. Ja, wirklich. Entschuldigung. Was nehmen wir doch vom Publikum? Das sind ja nicht deine Publikums-Joker. Nein, aber gut, dann nehmen wir Fifty-Fifty. Jetzt antworten wir aber mal auf die Frage, was ist deine Partnerspirale? Und dazu fragen wir noch einmal das Kabarett-Duo Radesch. Ich wusste. Wir würden euch sehr gerne eine Partnerspirale vorführen, aber leider habe ich vergessen, das passende Gerät zu organisieren. Oh! Nämlich dieses hier. Ein Rhön-Rad. Die Partnerspirale ist eine Übung, die zu zweit vollführt wird und bei der sich das Gerät spiralförmig bewegt. Deshalb Partnerspirale. Ah! Da waren wir mit dem Trotten. Man kennt das, aber es ist jetzt nicht so, dass es die erste Assoziation ist. Nichtsdestotrotz. Ihr wart eine hervorragende Runde. Gratulation nach unserem Neuzugang. Ich liebe uns Maria Schreiner. Danke beim Publikum und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen nächsten Freitag, aber es lohnt sich dran zu bleiben. Und gleich im Anschluss gibt es Lukas Resetarets mit seinem preisgekönnten Kabarettprogramm Unruhestand. Bis nächste Woche. Danke. 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 Danke.